So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich Bauer in der Verbindung in der Nähe von Blablabla auf. In der Nähe vom Kondo, die drei Orte, ihr seht, es ist alles markiert. Ich weiß selber noch nicht genau, was wir machen müssen. Ihr seid quasi mit dabei, wenn ich die Aufgabe mache. Schild lädt sich auch schon auf. Gott, ist das komisch, dass sich da ein Schild auflädt. Ninja, ich habe eben ein Video dazu hochgeladen. Wundert euch nicht, ich bin auch noch live am Streamen. Ich habe mir einfach gedacht, komm, mach Aufgaben und Livestream. Ich hoffe, dass ich hier jetzt alles richtig mache. Und gucke einfach mal bei meinen letzten Videos, die ich hochgeladen habe, Ninja. Da habe ich es auch nochmal genauer erklärt. Wie gesagt, ich mache halt ein Video nach dem anderen. Und das Bootcamp haben wir jetzt schon abgeschlossen. Jetzt geht es halt direkt wieder weiter. Ich habe keine Ahnung, was wir hier genau machen müssen. Und das ist immer ganz schlecht. Ich glaube, ich gehe rechts. Ich habe eigentlich da markiert, wo wir hin müssen. Ah, da ist die Sprachnachricht. Ah, da müssen wir hin. Ich hoffe nur, danach müssen wir nicht, wie was weiß ich, wohin. Das war die Aufgabe. Aber also, ihr müsst erstmal nur hier hin. Danach könnt ihr direkt schon wieder weitermachen. An den drei Punkten müsst ihr euch drei Punkte suchen. Aber das könnt ihr wieder in mehr Runden machen. Und ich würde sagen, das war es dann erstmal mit der Aufgabe. Und in dem Sinne, wenn euch das schon weitergeholfen hat, wo ihr da hin müsst. Ihr habt es ja gesehen, ihr kriegt auf der Minimap das Ganze markiert. Mit so einem, ich sage jetzt mal, Lautsprechersymbol. Einfach hingehen, hört euch das Gerede an. Hört vor allem gut zu. Ist ein bisschen Storyline. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich gehe dann direkt zur nächsten Aufgabe. Und haut rein.